Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid in einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War mit den Römern. In der letzten Folge haben wir eine schöne Belabungsschlacht wieder mal geführt bei Tarako oder in Tarako oder irgendwo in der Nähe von Tarako. Ja, und wir haben die Stadt erobert. Wir müssen sie jetzt allerdings noch umbauen, sodass sie unseren Ansprüchen genügt. Werden wir sie erstmal hier schön drauf rüsten. So, die Sachen werden wir hier alle bauen. Ich werde mich hier eine Auxiliar-Kaserne bauen, damit ich hier meine Auxiliar-Armee wieder nachrüsten kann, denn das heißt nicht, dass ich zwangsläufig hier alle die Einheit behalten will, muss, die ich jetzt drin habe, wenn ich andere Sachen dafür bekomme. So, wir müssen jetzt eigentlich nur die Runde beenden. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Das schaffst du leider noch nicht, schade. Ich kann mir aber nach A-Kilum schicken. Hier wirst du komplett alleine einnehmen können eigentlich. Drüben wird es lustig und A-SR holen wir in zwei Runden dann auch noch dazu. Total die Eroberungsphase hier. Gut, die Unterschiede sind wieder so extrem groß. Okay, gut, dann wollen wir mal die Runde beenden. Schauen wir mal, was die Spaner jetzt so treiben. Ah ja, unser Agent, den kann ich noch dazu holen. Haben wir noch einen Agenten hier in der Nähe? Und die Armee zu behindern, das ist auch eine schöne Sache. Immerhin macht es uns das leichter, dann über die Ostfront zu gewinnen. Obwohl die Ostfront eigentlich in meinen Augen nicht schwer sein müsste, denn wir haben dort zwei Provinzhauptstädte drin. Von zwei verschiedenen Fraktionen, das heißt also, die können sich hochrüsten in der Zeit. Also wird es schwierig. Die Westfront ist zu lange gestreckt, bevor wir da überhaupt an der 1. Provinzhauptstädte ankommen. Vergeht so viel Zeit, dass ich im Zentrum schon längst gewonnen habe. Und in der Ostfront wahrscheinlich auch schon. Also, bis ich an der Westfront unterstützen kann, dauert es ein bisschen. Und bis die heute überhaupt selber gewinnt. Aber es klappt ja gut. Da haben wir eine Flotte. Okay. Hier können wir auch nur verwunden, das reicht. Die Schlacht müssen wir jetzt hier nicht selber schlagen. Die gewinnen wir auch so. Da drüben kommt schon wieder eine Armee. Du kannst dich nicht bewegen. Super. Dann mach dich nochmal zum General. Alles schön perfekt gelegt hier. Jetzt wollen wir es noch Arakilo. Ja gut, wir werden wahrscheinlich hier relativ schnell. Weitere Probleme bekommen können. Also durch Zufriedenheit. Kommt schnell eine Rebellion zustande. Aber... Inzwischen haben wir die Stadt auch schnell erobert. So, ich lasse meinen hier drüber vormarschieren. Während wir unsere Hauptarmäern später hier lang marschieren lassen. Dann kann man hier drüben noch unter... Also, auf Kartuba bald losmarschieren. Während wir zeitgleich noch Kartardasht einnehmen wollen. Und Gardera ist auch noch da. Läuft alles ziemlich gut hier. Läuft zum Kommandanten. Gemachische Geliebte. Billiges Flitschchen. Cool. Komm, wir nennen es ja auch Omnibus. Die nimmt alle mit. Geiler Spruch. So, Kampfplatzes Mars bauen wir auch vorerst erstmal. So, sämtliche Armeen, die hier kommen wollen, werden erstmal von mir observiert. Okay, damit haben wir jetzt schon die nächsten zwei Städte erobert. Hier drüben werden wir jetzt eine Rebellion erwarten müssen, aber das ist kein Problem. Okay, hier drüben haben die Arverne auch ordentlich aufgerüstet. Das heißt, wenn wir hier eine Schlacht führen wollen, wird es lustig. Aber wir haben ja unsere Nachtarmee mit dabei. Dann können wir da auch sehen, wo ich erstmal ohne alles zu vergiften kämpfen. Und dann im Nachhinein erst vergiften. Also, wir haben eigentlich die gute, gut... Äh, eine sehr gute Grundvoraussetzung, um hier auf Brigantium zu erobern. Da mache ich mir jetzt eigentlich wenig Sorgen. Also, die Arverne werden auch schnell fallen. So schnell, wie jetzt auch die Keltibären fallen werden wahrscheinlich. Ah, er ist in meine Richtung marschiert. Schön zu wissen. Du bist abtrünnig geworden, schade. Und hier hat er vergiftet. Er hat sich angreift, schade. Den kriegst du auch nicht mehr. Das, was du kannst, mein Freund, kann ich auch. Okay, hier drüben geht es jetzt weiter. Für Rom tue ich alles. Furcht ist eine mächtige Waffe. Ich bin der beflügelte Sieg. So, den wollen wir jetzt auch ausschalten. So, die Garnison ist wieder voll. So, iberische Auxia-Schwertkämpfer kriegen wir hier. Das ist eine gute Sache. Hier schon mal auf fein Kosthandel. So, dann holen wir uns jetzt hier noch eine Mancia dazu. Das ist natürlich ein sehr schmerzhafter Verlust für ihn jetzt eine Stadt nach der anderen zu verlieren. So. Oh, ist das bitter, ey. Ich glaube, es ist eigentlich schon eine Expansionspolitik. Oh, er war noch bei 5. Aber das wäre dann der Krieg so weiterläuft, er ist ja blitzschnell gewonnen. Wir könnten jetzt sogar schon die Schlacht hier eventuell führen. Das war ruhig schon fast gehen. Dann gibt es mal einen Krieger gefallen mir hier nicht. Trotzdem ist es unsere Stärkste Armee hier. Und die ist schon fast bereit. Okay. Wollen wir die Runde beenden. Jetzt werden wir gleich irgendwo eine Rebellion haben, die werde ich auslöschen. Boah, aber das war echt eine Blitzaktion. Vier Städte hat er verloren. Innerhalb von drei Runden wurden die von mir erobert. Geil. Geil, geil, geil. So, ich versuche hier hinten wieder zu vergiften. Hat er diesmal nicht geschafft. Was die Keltiberien jetzt machen, ist auch wichtig. Die haben nichts gemacht anscheinend. Weil ich kann meine Armee aus Numanza jetzt gleich abziehen und sofort eine der Keltiberischen Armeen auslöschen. Und dann habe ich die Legion Italica schon wieder ein Stück weiter gemacht. Ich bin das Messer retten, du. Wir hungern nach einer Schlacht. Zu euren Diensten. Wir wohnen auf die Ehre! Schlacht! Beeilt euch Männer! Wie lautet euer nächster Befehl? Irgendwie ist hier auch noch keine Rebellion ausgebrochen. Hier ist wahrscheinlich auch irgendwo ein Hinterhalt. Finde ich schön. Gut, die Armee ist stark geschwächt. Bereit zum Packen! Herr Tod! An Ehre! So. Die erste Fullstack der Keltiberien wurde vernichtet. Katuba ist ungeschützt. Müsst aber hier drüben Katar das, glaube ich, unterstützen. Selve! Wie kann ich euch helfen? Mein Ruf spricht für sich selbst. Ich bin die Heldin der Götten! Kann man das? Ich erwarte eure Befehl. So, vor! Herr Hopp! Dann marschieren wir gleich runter nach Karte. Ne, nach Eboro erstmal. Nach. Können wir uns auch Karte überholen. Äh, nee. Das geht blitzig schnell hier alles. Wir hatten, glaube ich, im Winter angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Was kann ich noch tun? Sie werden sich uns anschließen. Okay. Okay. Okay, dann können wir jetzt die Runde auch schon wieder beenden. Aber erstmal hat noch einer ein Update hier verdient. Sicher war es eure Befehl. So. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier die Keltiebären nicht irgendwie angreifen oder so. Aber ansonsten ist Eboro jetzt ein leichtes Ziel. Da können wir die Stück für Stück weiter einnehmen. Ach, wir haben die Keltiebären auch blitzschnell richtig wehgetan. Zwei Städte haben sie schon verloren. Die Kassetaner sind ganz weg. Die Averna. Oh, die Averna kommen wieder. Die konnten jetzt zum Rücken fallen. Ich marschiere nicht vorwärts. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. So, schicken wir euch mal hier rüber. Vielleicht schaffst du es ja nochmal hier. Hm, schade. Ich erwarte eure Befehl. Die könnten sie auch ruhig noch durchmarschieren. Hm, da ist scheiße für euch. Akatuba ist auch ungeschützt. Genauso wie Uli Subo. Also ich kann meine Anina nach splitten und danach in beide Richtungen schicken hier. Ich kann Akatuba angreifen und gleichzeitig Uli Subo. Cadera ist ungeschützt. Tinkes ist ungeschützt. Die Spanier haben jetzt hier auch besiegt. Die Kartage haben von mir unheimlich gute Meinung hier. Komm, eure Worte werden mit der gespannten Offen. Bei Tanit. Es ist gut, wenn Freunde zusammenkommen und sich ein. Weise und vernünftige Vereinbarungen sind in Kartago immer willkommen. Wie dieses Abkommen zahlt. Hm. Coole Sache. Tun wir uns erst in Kartago zusammen und machen erst mal die Kaltibären fertig. Da ist eine Armee. Gut, die Armee ist nicht in der Lage gegen mich zu gewinnen. Genauso wie nicht. Dann beenden wir erst mal hier die Runde. Werdet ihr gemeinsam mit uns gegen diese Ungeheuer kämpfen? Meinetwegen. Wir sind sowieso fast tot. Erstaunlich. Rom und Kartago bilden hier eine Allianz. Dann erlebt man mal sowas. Gut, sodass wir die Rebellion in Asa haben. Da können wir nämlich noch ausschalten. Ich habe die galische Konfiguration versucht. Irgendwas wird beim Spiel unwahrscheinlich. Ich bin noch mal gespannt, was die Kaltibären jetzt ertreiben. Also, was mich am meisten verwundert, ist auf einmal sind die Kassetaner weg gewesen. Ich werde mal gucken, ob die noch existieren. Wenn sie nicht existieren, brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Dann kann ich vormals marschieren. Wenn sie noch existieren, dann ist was schiefelaufen. Wir hungern nach einer Klappe. Partien? Partien macht die Makedonen fertig. Tatsache. So, die Kassetaner sind tot. Die Kassetaner sind auch weg. Gut, die Schlacht werden wir selber schlagen. Das machen wir aber erst nächste Folge. Denn ich verabschiede mich jetzt wieder von euch, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben wieder ein Länge erreicht. Carter Dasch wird diese nächste Folge noch fallen. Hoffe ich mal. Zeitgleich auch noch Ebora und Kartuba. Also, insgesamt können wir ganz viele Provinzabschätten uns jetzt holen. Ich verabschiede mich jetzt erst mal wieder von euch und sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.